Unser nächster PropTech Future Talk beleuchtet die Wohnungswirtschaft im Jahr 2030. Ich freue mich hierzu den Geschäftsführer von Kiwi, Carsten Nölling, zu begrüßen. Carsten, herzlich willkommen zu Real PropTech Digital. Schön, dass du da bist. Danke Alex. Dann fange ich gleich an. Ich möchte meinen kurzen Impuls nutzen, um, genau wie Alex gerade sagt, einen Ausblick zu geben. Wo geht die Branche hin? Was passiert im Jahr 2030, also in zehn Jahren, was erstmal sehr lang wirkt, aber wenn man sich die Branche anguckt, gar nicht so lang ist. Ich glaube, das Spannende ist nicht nur relevant für die Wohnungswirtschaft, auch wenn da der Fokus jetzt drauf liegt, aber auch für andere Branchen und Assetklassen. Und die Frage ist vor allem, was die heutigen Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf Technologie, eigentlich bedeuten für das Jahr 2030. Und wie kam die Frage auf? Wir haben mit Kiwi das große Glück, dass wir mit Kunden, mit Partnern ständig eigentlich genau an der Frage stehen, ja, was für Entscheidungen heute für eine Realität in der Zukunft eigentlich bewirkt. Und der Türzugang ist am Ende ein Kernprozess. Ja, und deswegen sind wir da und sprechen immer wieder über offene Plattformen, über Digitalisierung und das, was in den nächsten Jahren so passieren wird. Und interessanterweise heute fast selbstverständlich mit Kunden über sowas wie das Betriebssystem eines Hauses reden, ja, oder das Betriebssystem einer Tür. Das sind Diskussionen, die waren vor zwei, drei Jahren in der Form eigentlich tatsächlich undenkbar oder zumindest schwer vorstellbar. Also das heißt, es ändert sich was. Und voranstellen möchte ich eigentlich gleich die drei Kernaussagen, auf die ich komme. Und das Erste ist, es wird heute noch nicht geerntet. Ja, also die Unternehmen, die den Weg angefangen haben zu gehen, die investieren immer noch, die lernen, die sind noch nicht dabei, tatsächlich die Effizienzeinsparungen einzufahren. Ja, die sind beim digitalen Produkt, das ist letztlich das digitale Gebäude natürlich in der Branche und bei den digitalen Prozessen dabei die Vorteile vielleicht einfach noch nicht so weit zu ernten, wie der ein oder andere das gedacht hat. Und deswegen glauben manche auch, dass es vielleicht gar nicht so rational ist, den Weg zu gehen und man die Digitalisierung abgeschlossen hat, indem man ein weiteres ERP-Modul aufgebaut hat, was aber nicht ausreichend ist. Die zweite These wird sein oder ist, dass die heutige Lernkurve genau das befähigt, nämlich in zehn Jahren ganz anders da zu stehen und dass das enorme Wettbewerbsvorteile zur Folge haben wird. Und dazu zeige ich auch Beispiele aus anderen Branchen auf. Und zur dritten These ist, dass eigentlich die Folge davon nämlich nicht die Technologie, die eigentliche Veränderung ist, sondern es wird Wettbewerb entstehen. Und insbesondere in der Wohnungswirtschaft ist das heute natürlich, ja es gibt Wettbewerb, aber es ist jetzt nichts, was die Branche maßgeblich treibt, vor allem im Vergleich zu anderen Branchen. Und da müssen wir noch nicht mal an Google denken oder an Amazon, die in die Branche eintreten könnten. Es wird einfach auf einmal Wettbewerb innerhalb der Branche geben, der ganz anders aussieht als heute im Jahr 2020. Und wenn wir uns die drei Kernthesen dann einmal anschauen, also zur ersten nochmal, es wird noch nicht geerntet, es wird investiert und das Beispiel Mieter-Apps verdeutlicht das eigentlich ganz schön. Die ersten Unternehmen haben da vielleicht vor drei Jahren angefangen ernsthaft Mieter-Apps einzuführen, raus aus dem Piloten, rein in den Rollout. Und was ist da typischerweise passiert? Die Wohnungsunternehmen haben monatelang mit den App-Anbietern gesprochen, auf einmal waren lauter UI-Experten am Tisch und man konnte am Ende aus einer Mieter-App Pizza bestellen. Und das ist kein ausgedachtes Beispiel, das gab es so. Und nachdem man dann Pizza bestellen konnte, hat natürlich die Anmeldung wahnsinnig viele Hürden gehabt, die Mieter wussten nicht genau, wie loggen sie sich eigentlich ein, falschen Flyer waren im Briefkasten und dann war am Ende die Nutzungsquote sehr gering, nachdem all die Hürden überwunden waren. Und im Ergebnis die Enttäuschung hoch. Und das zeigt vielleicht aber auf, was trotzdem passiert ist auf diesem Weg. Trotz der Enttäuschung, nämlich auf einmal haben die Mitarbeiter zusammengesessen, die haben darüber geredet, was ist eigentlich UI? Alle wussten was mit dem Begriff anzufangen. Und es wurden die Fehler gemacht, aber sie wurden eben auch behoben. Und auf einmal, und es gibt sie die AHA-Erlebnisse, sind die Unternehmen dort, dass sie merken, einen neuen Mieter, der einzieht, der nutzt selbstverständlich diese Mieter-App, der kommuniziert auf einem ganz anderen Weg, als das in den Jahren davor der Fall war. Und es gibt auch die Altmieter, die haben angefangen, diese Technologie zu nutzen. Also es sind nicht nur diese Leuchttürme, sondern es ist tatsächlich der Anfang, auch wenn vielleicht der Gesamtprozess immer noch nicht da ist, wo sich der eine oder andere das erhofft hat. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Immobilienbranche das große Glück hat, letztlich zehn Jahre hinterher zu sein im Vergleich zu vielen anderen Branchen, was diese ganze Veränderung oder Disruption, wie es ja auch oft heißt, angeht. Und in einer wirtschaftlich extrem komfortablen Situation. Also selbst mit Corona geht es der Branche gut und sie kann eigentlich in Ruhe ausprobieren und lernen. Und muss aber jetzt auch schnell anfangen. Weil ansonsten passiert das, was in anderen Branchen auch passiert ist. Und das Beispiel Automobilbranche, mal aufzugreifen, da habe ich nach dem Studium angefangen zu arbeiten. Und da sieht man genau das. Damit kommen wir zur These zwei, dass die heutige Lernkurve eigentlich das ist, was den Wettbewerb in zehn Jahren radikal verändern wird. Und wenn man sich mal anschaut, was E-Mobilität, um wie gesagt bewusst ein Beispiel eine andere Branche zu nehmen, bewirkt, dann kann man das, und da kommt man um Tesla natürlich nicht herum, sehr schön aufzeigen. Mitte 2019, also vor einem knappen Jahr, gab es noch Zitate von deutschen Automobilmanagern, die letztlich gesagt haben, E-Mobilität ist Quatsch. Und da war Tesla schon im Aktienkurs, vielleicht nicht ganz da, wo es heute ist, aber natürlich schon einfach nicht mehr weg zu diskutieren. Und was spannend ist, ist, dass selbst da eigentlich über Jahre halbherzig agiert worden ist. Und Tesla, wenn wir zurückspulen, war 2003 ist es gegründet worden, ist 2010 an die Börse gegangen. Spätestens seitdem gibt es eigentlich gar keine Geheimnisse, was passiert, was mit Elektromobilität heißt. Und jetzt auf einmal versucht natürlich die gesamte Branche eigentlich 17 Jahre Entwicklung nachzuholen. Und das gilt ja nicht nur für den elektrischen Antrieb, das gilt genauso für die Ladesäuleninfrastruktur, das gilt für das Betriebssystem Auto. Das ist auch, wie gesagt, am Anfang kurz schon Betriebssystem Haus als Analogie. Also was passiert eigentlich bei der Softwareseite in so einem Auto? Und das schafft die Automobilbranche in der Form natürlich nicht in der Kürze der Zeit. Und wenn man sich auf den Kunden kurz jetzt mal konzentriert, der wartet heute lieber sechs Monate auf ein Elektroauto, als das an Benziner kauft. Und wenn wir bei der Mobilität bleiben, aber ein anderes Beispiel, was sehr viel näher ist am Immobilienmarkt nutzen, dann können wir uns den Vermietungsprozess anschauen. Wie funktioniert heute Autovermietung? Und dann gleich kommen auch, wie funktioniert eigentlich Wohnungsvermietung? Autovermietung kann ich heute innerhalb von zehn Minuten bei einem neuen Anbieter, während ich irgendwo im Park oder irgendwo auf der Straße in der Stadt bin, kann ich einen neuen Anbieter, ich erstelle mir ein Konto, ich durchlaufe den Verifikationsprozess mit meinem Führerschein und kann dann in irgendein Auto einsteigen, was dort an der Straße steht. Dauert für mich als Kunden zehn Minuten, sehr einfach. Für das Vermietungsunternehmen, für das Autounternehmen dauert es null Minuten. Es ist ein komplett automatisierter Prozess und alles, was die tun müssen, um mehr Autos zu vermieten, ist mehr Autos hinzustellen und mehr Serverkapazitäten bereitzustellen. Wenn wir den Vergleich auf die Wohnungsunternehmen ziehen, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Wohnungsunternehmen heute 20 Stunden braucht, um eine Wohnung zu vermieten. Da sind wir nicht bei der Sanierung und bei dem Aufwand, der eigentlich in der Wohnung passiert, sondern einfach nur der Prozess drumherum. Und der Mieter oder die Mieterin, Tage, Wochen, Monate, schwer einzuschätzen. Sie kennen alle den Prozess, wie man eine Wohnung mietet. Und warum ist das so? Warum brauche ich bei einem Auto weniger als zehn Minuten, der Anbieter braucht null Minuten, vollautomatisiert und bei der Wohnung sind es viele, viele Stunden, Tage, Wochen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Branche es nicht kann. Also man muss sagen, weder der Prozess noch das Objekt, das Haus, das Produkt ist digital genug, um das in der Kürze der Zeit zu schaffen. Und sie muss es aber auch nicht. Also heute sind die Wohnungsunternehmen, wie gesagt, wirtschaftlich da in der Lage, das einfach auch so abzubilden und die Kunden akzeptieren das. Aber der Kundenwunsch verändert sich ja. Also wir sind heute, wir bestellen online innerhalb von 15 Minuten Lebensmittel. Wir erstellen ein Bankkonto in weniger als zehn Minuten. Das heißt, dieser ganze Schwerkraft, Komfort, die wirkt natürlich auf den Kunden heute schon und das wird Auswirkungen haben. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass eine Wohnung genauso wie ein Auto vermietet wird. Also wenn ich als Mietinteressentin durch eine Stadt laufe und ich kriege auf mein Handy einfach die Wohnungen ausgespielt, die in einem Radius von ich sage jetzt mal 200 Metern sind, die meinen Suchkriterien entsprechen. Und ich kann, weil ich vielleicht eine Kaution hinterlegt habe, dann direkt einen Zugang bekommen zu einer Wohnung, die dort um die Ecke ist und kann mir die anschauen. Dann ist das ein ganz anderer Prozess, eine ganz andere Customer Experience als Begriff im Vergleich zu dem, was ich heute habe. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin in dieser Wohnung fünf Minuten später, weil sie mir gefällt und dann finde ich sie noch toller und will die mieten, dann ist das möglich. Ich kann heute schon einen digitalen Mietvertrag unterschreiben, ich kann den Zählerstand automatisch auslesen, ich kann den Namen am Klingelschild ändern, ich kann den Namen an der Paketbox ändern und kann somit faktisch heute technisch schon einen sehr vergleichbaren Prozess anbieten für eine Wohnung, wie ich es heute für ein Auto kann. Und das kommt dann so ein bisschen zur letzten Kernaussage, nämlich die eigentliche Veränderung ist dieser Wettbewerb, der entsteht und nicht so sehr die Technologie, die den befähigt. Und noch einmal zurück zur Analogie mit dem Auto. Heute werden also 6,6 Liter Autos und 6,8 Liter Autos eigentlich miteinander verglichen in der Wohnungssuche. Das ist alles, klar gibt es ein paar Ausnahmen, aber im Kern ist das ein vergleichbares Angebot. Und was passiert, wenn jetzt eben einige dieser Wohnungen sich zu so einem Tesla entwickeln? Und was also, wenn Wohnungsunternehmen auf einmal statt 20 Stunden Aufwand 0 Minuten Aufwand hat, so einen Prozess zu managen in der Wohnungsvermietung? Was, wenn statt 8 Wochen 12 Wochen Leerstand irgendwie 2 Wochen Leerstand sind? Und was, wenn auf der anderen Seite der Mietinteressent, in dem Beispiel von vorhin, eine Wohnung gar nicht mehr ausgespielt bekommt, weil die Wohnung dazu gar nicht technisch in der Lage ist, in so einer App zu erscheinen? Oder wenn sie ausgespielt wird, vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, die kurzzeitig zu besichtigen, sondern ich muss erst noch zu irgendeiner Geschäftsstelle laufen, die ein paar Kilometer weg ist. Die hat nur eine Öffnungszeit an einem Donnerstagnachmittag und dann kann ich diese Wohnung erst vielleicht ein paar Tage später besichtigen. Und das heißt, selbst in einem Markt, wo die Nachfrage, so wie ja heute, sehr viel höher ist als das Angebot, erscheint es überraschend, wenn das nicht Auswirkungen auf den Markt hat. Und erst recht, wenn man sich vorstellt, dass der Markt vielleicht sich auch einmal dreht. Und damit, genau, kommen wir so ein bisschen zum Schluss und dann ein Impuls soll ja auch was mitgeben. Das heißt, na klar, was sonst? Begeben Sie sich auf den Weg. Fangen Sie an, ein Zielbild zu entwickeln. Wo wollen Sie mit Ihrem Unternehmen hin? Wo soll die Branche vielleicht sich sogar hin entwickeln? Nehmen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, machen Sie die ersten Fehler und gucken Sie, dass Sie im Zielbild 2030 vielleicht eine Wohnung mit null Minuten Aufwand vermieten können. Ihre Nachfolger werden Sie Ihnen danken. Und wir, klar, sind gerne dabei, einen kleinen Schritt für dieses Thema Tür mit Ihnen zu machen. Wir machen auch, das ist vielleicht spannend, der eine oder andere hat es gesehen, hier auf der Real PropTech einen Hackathon, wo wir mit verschiedenen Unternehmen genau das Thema aufgreifen. Also wie funktioniert eine offene Plattform? Wie kriegt man einen Use Case, wie gerade dargestellt, eigentlich technisch in der Praxis realisiert? Da sitzen Entwickler zusammen, die coden genau an so einer Integration. Und schauen Sie rein, da haben wir vier Fenster, wo Sie live dabei sein können. Eins ist am Freitagnachmittag 15.30 Uhr, da ist die Jury-Session. Da haben wir auch eine hochkariertige Jury. Und genau, einfacher geht es nicht, bei einem Hackathon dabei zu sein. Und ansonsten wünsche ich noch eine tolle interaktive Real PropTech und bedanke mich fürs Zuhören. Carsten, vielen Dank. Spannende Einblicke, den Hinweis auf den Hackathon und die Einblicke hinter die Kulissen hast du schon gegeben. Ich finde es spannend, wie du die Analogie mit der Automobilbranche oder den Automobilverleihern ziehst, weil die Immobilienbranche würde sagen, ja ist klar, wenn du ein Carsharing-Auto an der Straße hast, was du jetzt für vier Euro mal mietest, dann kannst du nicht 20 Stunden lang die Daten aufnehmen, weil da steht Aufwand und Vertrag in keinem Verhältnis. Wenn ein Mieter bei mir im Schnitt achteinhalb Jahre bleibt, dann kann ich auch mal 20 Stunden arbeiten. Was ich aber spannend finde, und da kommt gleich die Frage dazu, ich habe jetzt gerade bei einem der großen Autovermieter ein Auto auf Monatsbasis gebucht. Plus heißt dieses Programm und das geht genauso schnell und ich benutze das Auto, solange ich will und der Kündigung des Vertrages ist, das auf den Hof zu stellen. Das kostet auch 600, 700 Euro im Monat und da verschwimmen dann die Grenzen, weil das ist schon in der Region, wo du auch eine Wohnung vermieten könntest. Und meine Frage an dich ist, um das Argument zu widerlegen, Aufwand und Ertrag steht bei der Immobilienwirtschaft in keinem Verhältnis, weil nur wenn einer als achteinhalb Jahre bleibt, kann ich mich auch mit dem Mietvertrag länger befassen. Glaubst du daran, dass sich die Nutzungsformen da auch ändern, so wie das im Carsharing gegeben ist, dass wir vermehrt eben diese anderen Nutzungsformen haben werden, wo es dann auch wirklich den Druck gibt, die ganzen Prozesse effizient zu gestalten? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass sich die Nutzungsart verändern wird. Es gibt ja auch diese große Pauschalaussage, wenn wir bei 2030 bleiben, dass 30 Prozent von allen Flächen im Jahr 2030 shared sein werden. Also das betrifft Gewerbe genauso wie Wohnen. Und ich glaube, es gibt einen ganz klaren Trend hin zum Shared Living oder zum Shared Space, vielleicht allgemeiner, und das wird das bestärken. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht passiert, wenn man sich die großen Wohnungsunternehmen anschaut, die haben diesen Prozess, selbst wenn Mieter acht, neun, zehn Jahre bei einer Fluktuation von selbst nur fünf oder sechs Prozent, die haben den Prozess tausende von Male pro Jahr. Das heißt, das ist ein riesen Effizienzhebel. Und vor allem, was ich glaube, selbst wenn wir weiterhin bei vielleicht zehn Jahren oder acht Jahren Wohnen, Mietverhältnisdauer bleiben, die Bedeutung von Komfort, also genau das, was ich gesagt habe, du bestellst heute in zehn Minuten, 15 Minuten Lebensmittel, ich glaube, die Bereitschaft dann zu sagen, ich akzeptiere diese ganze Zettelwirtschaft und einen wochenlangen Prozess, um ein Produkt wie eine Wohnung zu mieten, ich glaube, das wird einfach nachlassen. Und auch nochmal zum Auto, genau, so ein Auto kostet auch 30.000, 40.000 Euro, also ich glaube, auch als Wert beim Asset. Klar, es ist nochmal eine andere Dimension, aber es ist auch nicht so, dass das Produkte sind wie ein Fahrrad, also die da heute so vermietet werden. Also genau, ich glaube ganz klar, dass das ein Trend ist, der das Sharing, glaube ich, treibt das auch weiter, aber auch die ganze Erwartungshaltung vom Mieter, vom Kunden. Jetzt brauchen wir aber noch einen Blick in die Zukunft, weil wir eigentlich derzeit im wohnungswirtschaftlichen Bereich in Anbietermärkten sind und demzufolge der eine oder andere sich sagen wird, na gut, wenn da einer eine Tesla-Wohnung vermieten würde, so what, es gibt nicht so viele. Insofern, die Nachfrage ist da. Deine Vision, wird es oder was muss passieren, dass wir da tatsächlich in einen Wettbewerb zwischen den wohnungswirtschaftlichen Unternehmen kommen und es für den Nutzer tatsächlich eine Situation gibt, wo er entscheidet, nehme ich die komfortable Tesla-Wohnung oder bleibe ich beim traditionellen Anbieter? Also ich glaube fast, das ist ein natürlicher Trend, der sich gar nicht stoppen lässt. Wir haben heute zwei große Konzerne im DAX, zwei Wohnungsunternehmen. Das war auch vor, ich weiß gar nicht genau, wann die Vonovia in den DAX aufgerückt ist, aber vor fünf, sechs Jahren, da war das noch nicht so. Es wird einfach, dieser Wettbewerb wird sowieso zunehmen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und ja, ich glaube, es wird so sein. Wohnungen sind am Ende, glaube ich, muss man so sagen, nicht so unterschiedlich. Und dann ist es ein Produkt, was ich mieten möchte und dann macht es einen Unterschied, wie groß die Hürde ist, diese Wohnung zu mieten. Selbst in einem Markt, wo vielleicht sogar in zehn Jahren immer noch die Nachfrage größer ist als das Angebot. Aber auch das muss man sich ja immer wieder mal daran erinnern, ist ja auch kein Naturgesetz. Also vielleicht ist das auch anders und erst recht dann, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man als Unternehmen sich aufgestellt hat. Und das ist ja vor allem auch nur ein Beispiel. Es gibt ja, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr Beispiele rund um Prozesse und Produkt, die nachher möglich sind, wenn man sich so aufgestellt hat. Und nur um eins nochmal reinzuwerfen, das ganze Thema auch Mehrwert dem Mieter zu bieten, funktioniert auch nur, wenn man ein Produkt hat, was das technisch kann und ein Prozess, der das technisch abbildet. Also ja, ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung, deinen Impuls und auch, dass wir gemeinsam eben diesen Hackathon hier zeigen können, ausrichten können und auch mal den Blick hinter die Kulissen geben können. In diesem Sinne, schön, dass du da bist und ja, viel Erfolg weiterhin bei Kiwi. Danke. Danke.